On-Tour zu berichten, gar nicht so einfach. Man flüchtet von einem Ort zum anderen, im Hintergrund wieder laut, dann ist das Zimmer schon ausgecheckt. Aber ich versuche das Beste draus zu machen und möchte trotzdem einen kurzen Blick auf die Märkte werfen. Der Nasdaq ist jetzt offiziell technisch in einem neuen Bullenmarkt. Mit dem Nasdaq 100 seit Dezember 20% auf der Gewinnerseite und hier vor allen Dingen die großen Tech-Werte, die den Markt weiter nach oben führen. Das sehen wir letztendlich gesehen auch an diesem Donnerstag. Der S&P 500, der sehr stark beeinflusst wird, vor allen Dingen durch Apple und Microsoft und die großen Tech-Werte, ist auch im Aufwind. Hat jetzt die Marke von 4.000 wieder hinter sich gelassen. Übrigens das 13. Mal seit 2022, dass diese Marke nach oben durchbrochen wird. JP Morgan hatte sich bereits zum Wochenauftakt geäußert und glaubt, dass wir kurzfristig eine Fortsetzung der Erholung sehen werden. Die Messlatte für die Berichtssaison hängt niedrig und das Wirtschaftswachstum gewinnt weiter an Dynamik. Wir sehen das übrigens auch bei den Arbeitsmarktdaten. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen so ziemlich im Rahmen der Erwartung, sind aber noch sehr niedrig mit 198.000. Wirkliche Zeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt, daran gemessen, sehen wir immer noch nicht. Und das ist der einzige Aspekt, den man im Auge behalten muss. Was wird denn jetzt die amerikanische Notenbank machen? Keine Zeichen einer wirklichen Wirtschaftsabkühlung. Das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal dürfte bei einer Jahresrate von Pi mal Daumen 2,5% liegen. Das ist viel. Das ist vor allen Dingen auch noch im Vergleich zum vorhergehenden Quartal keine wirklich merkliche Abkühlung. Die amerikanische Notenbank wartet hier vor allen Dingen auf die Inflationsdaten. Wir kriegen am Freitag den sogenannten PCE-Inflationsindikator, allerdings für den Februar ein relativ wichtiger Indikator. Es sind aber Februardaten und die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den Februar sind bereits bekannt. Nichtsdestotrotz wird man darauf sehr stark achten, denn wenn eins diese Erholung an der Wall Street einfangen könnte, dann ist es vor allen Dingen das Agieren der amerikanischen Notenbank. Die Renditen der Staatsanleihen sind für meinen Geschmack sehr schnell sehr stark runtergelaufen. Hier ist eher ein bisschen Druck nach oben kurzfristig angesagt und gerade in Anbetracht der stärkeren Wirtschaftsdaten. JP Morgan äußert sich erneut an diesem Donnerstag und sagt, dass diese Erholung, die wir jetzt sehen, tatsächlich ganz gute Chancen hat, weiterzulaufen. Auch deshalb, weil letztendlich die Positionierung vieler Assetmanager zu defensiv ist. Viele sind nicht mit dabei bei dieser Erholung, das heißt der Druck steigt, in dem Markt stückweit ein bisschen auch hinterher zu rennen, die Gewichtung ein bisschen auszuweiten und auch die Stimmung bei Investoren ist insgesamt noch ziemlich verhangen. Das gekoppelt zusammen mit der Berichtssaison könnte also den Markt noch ein bisschen höher treiben. Nur zur Erinnerung, Jeffrey Gundlach von Double Line, der Bond-König sozusagen, meint 4.300, 4.400. Das ist die Marke, bei der man dann letztendlich gesehen in Starke hinein verkaufen sollte. So, ganz kurz ein Blick auf einige Einzelwerte, weil ich heute zwischen Tür und Angel bin. Kein so langer Bericht. Fangen wir mal an mit Intel. Da gab es jetzt den Analystentag. Wenn man sich das so durchliest, das Feedback der Analysten, da muss ich sagen, okay, es waren wenigstens keine negativen Nachrichten. Und Grundtenor ist, dass die CPU-Roadmap, die Pläne dort, den Zeitplan einhalten. Vielleicht sogar ein bisschen früher quasi in der Timeline liegen, als man geplant hatte. Aber ein wirklicher Knaller war die Analystenkonferenz nicht. Raymond James hebt das Kursdeal nicht desto trotz auf 35 Dollar an. Der gesamte Halbleiterbereich hat gestern von Micron Technology profitiert. Das letzte Quartal und das jetzt laufende Quartal waren enttäuschend. Aber die Basis für eine Erholung im zweiten Halbjahr, das ist zumindest der Tenor der Analysten. Heute Morgen haben wir Wells Fargo, die sich zu AMD äußern, das Kursdeal auf 120 Dollar anheben und auch betonen, dass kurzfristig gesehen das Nachfrageumfeld ziemlich choppy, sehr uneinheitlich sein dürfte, auch etwas schwieriger sein dürfte. Aber wenn man ein bisschen weiter ins Jahr blickt, hat man die Erwartungen angehoben. Meta-Plattforms kriegt von der Credit Suisse und von Evercore ISI Empfehlungen. Beide empfehlen die Aktie zum Kauf. Die Credit Suisse sieht die Aktie bei 251 Dollar. Und wir haben Evercore ISI, die betonen, dass das Umsatzpotenzial im Bereich der Monetarisierung, Messaging, sehr groß sei. Die Credit Suisse betont, dass die Entlassungen, die man gemeldet hat, im Prinzip jetzt im Aktienkurs mit eingepreist sind. Aber was jetzt entscheidend sein wird, ist, wie kann letztendlich gesehen Meta wieder mehr Wachstum auf der Umsatzseite generieren. Das wird jetzt also hiermit entscheidend sein. So, Intel, AMD, Meta haben wir damit. Wir haben die Aktien von Netflix, die auch von Wells Fargo empfohlen werden. Großes Problem bei Netflix ist die Tatsache, dass sehr viele quasi die Passwörter geteilt haben. Netflix hat dafür nichts bekommen. Das heißt, die Bemühung, das zu beenden oder zumindest zu limitieren, paid sharing, bezahltes Sharing also, das trägt erste Früchte, sagt Wells Fargo. Und hier glaubt man, dass die Aktie deutlich Potenzial nach oben hat. So, ganz kurz im Schnelldurchlauf. Ford wird empfohlen von Morgan Stanley, Übergewichten. Walmart wird empfohlen von Evercore ISI. Lululemon bei Barclays, hier steigen die Kursziele. Nach gestern guten Quartalszahlen auf 413 Dollar. Vor allem das abgelaufene Quartal war sehr beeindruckend fest. Das heißt, RH oder Restoration Hardware, wie man bei uns sagt in den USA, Möbel, schwieriges Umfeld mit dem Housing Market. Das sieht man auch an den Zahlen. Das Ergebnis lag unter den Erwartungen, der Umsatz auch. Die Aussichten werden gesenkt und die Aktie steht unter Abgabedruck. Die Kursziele an der Wall Street sinken ja auf breiter Front. Das Kursziel bei Wedbush wird auf 235 Dollar reduziert. So, Philip Morris steht bei JP Morgan auf den Empfehlungslisten heute Morgen. Übergewichten mit Kursziel 116 Dollar. So, damit mache ich mal Schluss. Und wie gesagt, sorry, dass das heute ein bisschen zwischen Tür und Angel ist. An diesem Freitag wird es keinen Bericht von mir geben. Am Montag bin ich dann endlich wieder in New York. Und da fängt dann die Berichterstattung wieder ganz normal an. Also, einen guten Handelstag, ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Bis dann und ciao.